Gleich zwei Konzerte gab es anlässlich des Jubiläums der Josef-Eibler-Musikschule Schwächert. Wir waren für Sie dabei! Die Josef-Eibler-Musikschule in Schwächert wurde im Jahr 1963 gegründet und hat nun bereits 60 Jahre erfolgreich ihren Beitrag zur musikalischen Bildung geleistet. Dies bedeutete einen besonderen Anlass zum Feiern und aus diesem Grund wurde ein Jubiläumskonzert veranstaltet, bei dem sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrer ihr Können unter Beweis stellten. Ein vielfältiges Programm erwartete die zahlreichen Besucher, die den vollbesetzten Turnsaal der Bertha von Sotner Schule füllten. Im ersten Teil werden wir uns eher im klassischen Bereich bewegen. Da haben wir einen Schwerpunkt mit dem Jahresregenten Sergej Rachmaninoff. Einen zweiten Schwerpunkt mit unserem Lokalkomponisten und Namenspatron der Musikschule Josef-Eibler. Die zweite Hälfte ist passend zu unserem 60-jährigen Jubiläum, ein Querschnitt der letzten 60 Jahre Filmmusik. Vor ungefähr einem Jahr begannen die Vorbereitungen für den Abend. In dieser Zeit trat auch der neue Direktor Andreas Pesl sein Amt an. Für mich war es ein Novum, also ich hatte noch keinerlei Erfahrung in der Organisation einer so großen Veranstaltung. Und wir haben sehr, sehr im Team gearbeitet, alles gemeinsam entschieden. Auch die Stückauswahl wurde im Team getroffen. Und ja, es war äußerst spannend und arbeitsintensiv. Mit diesem Orchester haben wir die Arbeit nach dem Leiterwechsel letztes Schuljahr aufgenommen. Wir hatten eine sehr intensive Probephase vergangenes Frühjahr und haben jetzt im Herbst die Stücke noch einmal aufgefrischt, damit wir hoffentlich ein schönes Jubiläumskonzert spielen können. René, welches Instrument spielst du? Ich spiele Geige. Heuer bei den ersten Violinen das erste Mal. Faflet und Piccolo im Orchester. Wieso spielst du gerne in diesem Orchester? Weil ich es generell liebe, in einem Orchester, in einer Gemeinschaft zu spielen, weil es ein wunderschönes Gefühl ist, mit anderen Leuten zu musizieren. Dass es eigentlich eine wunderschöne Zusammenkunft ist, sozusagen. Und ich mich jedes Mal freue, wenn ich wieder in diese Proben hinein kann und dann überhaupt beim Konzert mit den Leuten spielen kann. Das ist wunderschön. Wie lange bist du schon in der Musikschule? Das ist jetzt mein 13. oder 14. Jahr. Ich habe mit fünf, vier Jahren in der Frühmusikerziehung Blockflöte begonnen. Warum sollte man Teil der Musikschule werden? Weil man sich da quasi in eine Gemeinschaft begibt. Das ist das Erste. Also das sieht man dann zum Beispiel, wenn wir hier beim Orchester zusammenkommen, zusammen dann musizieren. Und weil man auch so andere Leute kennenlernt, die auch Instrumente dann spielen und man mit denen dann schon probieren kann, wenn man das gewisse Alter erreicht und die Stufe. Das ist auch sehr schön. Weil ich finde, ein Instrument zu spielen drückt Gefühle aus und es ist einfach wunderschön, wenn man das auch dann weiter in einem Orchester mit einer Gemeinschaft spielen kann. Es ist ein tolles Gefühl, in einer Gemeinschaft zu sein. Was zeichnet dieses Orchester aus? Dieses Orchester zeichnet aus, dass man mit einer Mischung aus vielen, vielen aktiven Musikschülerinnen und Schülern, aber auch Gastmusikerinnen und Gastmusikern aus Schwächert und Umgebung und auch mit aktiven und sogar pensionierten Lehrkräften gemeinsam nicht nur Orchesterbearbeitungen, sondern auch Originalliteratur spielen kann. Also zum Beispiel ein Stück, das wir spielen werden, Hymn to the Fallen. Da spielen wir die Original-Filmmusik-Partitur von John Williams und das ist für ein Musikschulorchester schon etwas bemerkenswertes. Was wünscht Sie sich für die kommenden Jahre für die Musikschule? Ich wünsche mir eine gesunde, lebendige Musikschule, die einfach Teil der Stadtgemeinde ist und dass es einfach zum guten Ton dazu gehört, Musik zu machen.